Berlin gegen Hamburg auf Facebook. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMA, wenn Sie schauen, Website-Marketing.ch. Ich wollte eigentlich einen Gegner aus der Schweiz finden für Berlin, konnte ich aber nicht, weil die Fanpages der vier grössten Städte in der Schweiz dermassen schlecht sind oder nicht existieren, dass ich mir dann eine Alternative aus Deutschland gesucht habe. Die zweigrösste Stadt da ist Hamburg, darum Berlin gegen Hamburg auf Facebook. Das sind die Kriterien, die habe ich separat in einem Video, der in diesem Video drin hier verlinkt ist, nochmal beschrieben, darum gehe ich hier nicht mal grösser darauf ein. Schauen wir uns doch gleich die beiden Fanpages an und schauen, wer bei den 13 Kriterienpunkten besser abschneidet. Ich bin auf der Seite von Berlin, Venet URL ist gegeben, der ist drin, Picobello gelöst. Das Profilbild fällt mir persönlich zwar gut, aber da fällt das Logo drin, man sieht das Brandenburger Tor, aber da ist natürlich auch dieses kleine Icon hier nicht dementsprechend ausgerüstet, dass man gleich merkt, dass das Berlin ist. Könnte also irgendwas sein. Dann haben wir den Titel, hier fehlt mir das Wort Hauptstadt, ansonsten ist es okay, gebe ich deshalb auch und eine Welcome Page. Haben Sie nicht, da komme ich direkt auf die Pinwand. Call to Action dann aber dafür. Wir geben hier sehr schön, sieht man, ich muss fern werden, um Inhalte zu erlangen. Dann hier links der Infoteiler ist ausgefüllt, aber hier fehlt, wie so oft, der Link auf die Seite drauf. Dann Standardtabs haben wir gegeben, Fotos, Videos und Veranstaltungen sind drin und der Infotab, den klicke ich gerade mal an. Der ist sehr schön ausgefüllt, kann ich geben, hier oben links drin eine Karte sogar, Text sogar auf Englisch, eine E-Mail-Adresse. Sehr gut gemacht. Schauen wir uns dasselbe für Hamburg an. Das ist gegeben, wenn die URL passt, dann habe ich hier das Profilbild, da gefällt mir, dass hier das Logo drin ist, haben Sie gut gemacht. Dann da oben Hamburg passt als Titel, wäre schön, wenn noch Stadt drin stehen würde, wäre ein bisschen offizieller dann. Dann haben Sie eine Welcome Page, das haben Sie sehr gut gemacht. Emotionales Bild hier, schönen Zusammenschnitt. Dann unten drinnen links auf Wohnungen, Jobs, Events, Sehenswürdigkeiten und Hotels, also Gefallen für die Stadt getan. Sehr gut. Was Sie nicht haben, ist hier in Call-to-Action, Fangating, das fehlt. Dann der Infoteil und Bravo, seit langem wieder mal jemand, der hier es geschafft hat, eine URL reinzupacken. Picobello, Gratulation, ist also auch erfüllt. Standard-Tabs wie Fotos und Videos haben wir hier auch drin, reicht also auch. Individuelle Landing-Tabs haben Sie dann allerdings keinen. Und wenn ich noch auf den Infotab hier draufklicke, das ist der hier. Dann ist das hier gut ausgefüllt, passt mir eigentlich. Link auf Hamburg drauf und hier auch noch eine E-Mail-Adresse rein. Sehr schön gemacht. Gehen wir zurück nach Berlin. Auch hier individueller Landing-Tab ist hier gegeben, auf den habe ich vorher geklickt, geht es aber gleich auf die Pinnwand drauf. Schauen wir diese Bilder an und die sind natürlich nicht von Berlin angelegt, denn wer will schon ein schlechtes Wetterbild. Hier oben drin ist also nicht gut gelöst. Empfehlen Sie andere Seiten, das machen Sie. Ist gut und gibt es Interaktionen auf der Seite. Zuerst mal Aktualität. Vier Stunden Montag, das ist vor drei Tagen gewesen. Dritter, Zweiter Februar. Nicht gerade zu regelmässig, aber immerhin in den letzten, sage ich mal, sieben Tagen vier Post. Das passt einigermassen und auch die Interaktion bei einer guten Fangemeinde von einer Million und ein bisschen mehr natürlich gegeben. Dann schauen wir dasselbe hier noch bei Hamburg an. Die Bilder hier oben drin, die würde ich sagen, die sind gewählt. Gefällt mir. Emotional. Man sieht ein bisschen was, was in der Stadt los ist. Perfekt. Gelöst also der Teil hier. Dann die Empfehlungen hier unten drin sind gegeben. Machen Sie. Und Aktualität. Ich habe hier, wenn ich nur auf Hamburg klicke, muss ich natürlich machen. Habe ich hier was gestern. Dann habe ich hier auch was gestern. Ist eigentlich aufgegeben und mit nicht ganz so vielen Fans wie Berlin, nämlich ungefähr der Hälfte, haben Sie doch auch sehr viel Interaktion und gefällt mir hier reingekriegt. Das also die beiden Sites auf Facebook. Schauen wir uns an, wie sie bei den 13 Kriterien nun gegeneinander abgeschnitten haben. Und das ist die Auswertung hier. Punkt eins. Unentschieden. Dann hat das Profilbild hat Hamburg besser gelöst. Der Titel bei beiden gut. Dann Welcome Page. Auch Hamburg besser. Call to Action hat nur Berlin. Die wechselt sich hier schön ab. Info hat Hamburg besser ausgefüllt. Hier wieder unentschieden. Unentschieden. Dann individuelle Landing-Tabs nur von Berlin. Finde ich noch was Wichtiges. Den Fotostrip hier oben drin hat Hamburg viel besser gelöst. Dann unentschieden. Somit geht das Rennen zwischen den beiden grössten Städten in Deutschland Berlin und Hamburg mit 9 zu 11 aus. Also muss ich hier die Hauptstadt von Hamburg geschlagen geben. Das zumindest auf Facebook. Würde mich interessieren, was ihr von der Bewertung hält. Wenn ihr sonst noch bewertet haben möchten, welche Städte oder vielleicht sogar auch Unternehmen. Fussballclubs habe ich ja schon gemacht. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der INMAG und Sie haben Website Marketing.ch geschaut.